Ich grüße euch. Ich möchte euch heute mal zeigen, wie ihr schnell spielen lernen könnt. Ich werde immer wieder gefragt, Ingo, wie geht das? Also es ist einfach Übung. Nimm einen Roll-On-Rhythmus, wo deine Hände sich die ganze Zeit abwechselnd bewegen. Ich mache diesen, den ich gespielt habe, euch mal langsam vor. Da war ein kleiner Offbeat drin und ein paar Betonungen auf der Höhe. Die müsst ihr nicht tun. Also ich mache es mal langsam. Den Roll-On. Vier Schläge. So einfach. Und dann erhöhst du das Tempo Schritt für Schritt. Und der Trick ist, du bleibst bei dem Tempo stehen, wo du dich gerade noch gut fühlst. Zwing dich nicht unbedingt darüber hinaus zu gehen und den Krämpfen zu enden. Da endest du halt einfach nur. Das bringt dir nichts. Geh bis zu dem Punkt, wo es gerade noch gut ist. Ich mache euch das mal vor. Ich erhöhe jetzt mal meinen Tempo. Okay, das ist ziemlich flott. Und mach dir das mal vor. Und so weiter. Verstehst du das Prinzip? Das ist super einfach. Aber geh bis zu dem Punkt, wo es für dich okay ist. Dann verweile dort. Fahre wieder etwas zurück. Also die Kunst ist dabei, nicht abzubrechen. So dass dein Körper den Swing lernt. Das ist ein Körper, der in dem Fluss bleiben kann. Ja. Ich fahre nochmal eben hoch. Oder fange mal gleich flott an. Und dann ziehe ich es mal runter. Okay. Und dann, wenn du wieder runtergefahren bist, fährst du wieder hoch. Und vielleicht ein kleines Stück weiter. Aber es ist auch vollkommen gut, an dem Punkt zu bleiben, wo du gerade warst. Weil das ist schon ziemlich weit gewesen. Und dann erhöhst du deinen Punkt. Okay, das ist der erste Schritt. Der nächste ist der, dass du mit deinen Händen auf deiner Trommel wanderst, um auch die Abstände zu lernen. Weil das ist klar, wenn du das schneller auf einem Punkt spielst, ist es einfacher, als wenn du dich auf deiner Trommel noch bewegst. Ich mach das mal vor. Ich fang mal auf der Höhe an. Händen. 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 Und so weiter und so fort. Ihr habt gemerkt, dass ich natürlich auch mit Sounds arbeite, meine Fingerhaltung verende. Dadurch wird es natürlich viel cooler und facettenreicher. Die Geschichte wird interessanter als immer nur ein Ton. So, das war es. Das war es für heute. Einfach, es war ein Tipp wegen dem Schnellspielen. Mach das auf einer Trommel, roll on, beginne langsam, werde schneller, schneller, schneller bis zu dem Punkt, wo es geht. Bleib dort, fahre wieder zurück mitten im Trommeln und dann wieder dorthin und vielleicht ein Stück weiter. Und immer so mehr. Du spülst dich immer mehr in die Flattigkeit hinein. So, das war es. So, zum Abschluss spiele ich noch ein bisschen für dich. Alright, hier ist Ingo und ich wünsche dir einen herrlichen Tag. Viel Spaß beim Trommeln. Bis zum Abschluss. Bis zum Abschluss. Bis zum Abschluss. Untertitelung des ZDF, 2020